schönen guten tag und willkommen zurück zu stardew valley morgens aufstehen in stardew valley und erstmal nicht die felder gießen das ist so schön das habe ich vermisst das habe ich wirklich vermisst nope nicht essen ich würde es meine katze wird aber auch nie wieder was zu trinken kriegen traurige tatsache 20 nur 20 ehrlich kann sein so nehmen wir das mal mit dass das und fabrikischoten haben wir mit durch dich und ich da erstmal ein bekommst ich auch ich brauche noch irgendwas fehlt meist war ein herbst dinks mit tomaten tomaten feta genau so aus dem community center machen wir das bundle komplett ach ist das nicht schön die musik hat aufgehört ich mag musik oder unten oben sommer eine tomato eine paprika süß wie zucker scharf wie pfeffer was flump und cool ich kriege qualitätssprenger nice danke lauf du drauf lauf um dein leben so sommer ist komplett sommer früchte hätte ich glaube ich auch schon komplett in der community center ist mal mit dem sommer stuff durch ich hoffe ich hoffe ich ist das nicht schön so und erst mal erst mal erst mal ist tomate weglegen das daneben tomate wieder in den somitern das teil dabei haben und dann verkaufe ich mal alles was ich hab wirklich alles wirklich alles wenn dir außerdem da bin ich mir nicht sicher ob ich den noch brauche weizen brauche ich noch für irgendwas so radieschen weizen brauche ich noch für irgendwas irgendwas kann aber irgendwas ja könnt ihr alles rein da rein 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 und der sprenkler ich brauche kein weiterer eigentlich gerade da brauche ich keinen weiteren alles klar habe ich viel später ein ja so jetzt will ich wieder ein bisschen geld sammeln das war machte sie so erst später auf zu robben muss ich gerade nicht gehen weil ich normal wieder blank bin relativ selten bei mir vor immer ein bisschen raus gehe wieder durch den wald eigentlich habe ich echt nicht viel zu tun gerade das fällt das automatisiert ab jetzt ist chillig bisschen zu sehr aber die 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 hut maus dachchen hut maus was hast du denn genau so aus wie die witte ich gerade habe kostet eine menge desto mehr achievements man hat desto mehr hüte hat diese hut aus da ich verstehe den sinn aber dahinter irgendwie nicht ich meine es ist eine hut maus warum warum einfach nur hut maus und deswegen na ja ich kann das bisschen angeln aber was ich machen könnte werbe ein garten von holz befreien und hellia jetzt ein paar wilde früchte heute morgen von cool das hier kann er zum teil leider ich sehe mich um kann ich ja nicht die geschenken und die gefallen bei dir ich bleib bei salat so f50 12 dachieren konnte mir nur einen salat leisten na lea wohin willst du denn eigentlich egal ich hatte nur noch nicht gleich aufgehalten ich habe nicht aufgeholt sorry lauf ruhig weiter gehst du wieder zum strand ja diesmal nicht ach wer weiß wo die hingeht hm kannst du schön gehen ich könnte so schön gehen da geht shoppen nicht mal shoppen sondern doch shoppen nicht shoppen doch shoppen doch shoppen doch shoppen ich glaube ich lege mich erstmal knacken hol das geld was in der kiste liegt raus und danach gehe ich mal erst zu robben weil mit ihr habe ich noch ein hühnchen zu rupfen so zack zack holz stein zack und unterwegs bisschen holz bevor ich mich jetzt so früh am tage hinlegen weg damit du auch weg oh mein gott sie wachsen überall wie so eine pest so mach ich hier mal ein bisschen frei okay so 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 du dich auch und ich und dich und ich und dich so hier habe ich ja nicht drunter wahrscheinlich voll oder nicht mal ganz voll das ist bestimmt genug platz weg damit damit energie ist noch relativ gut ich kann auch an die stunden lang so weitermachen den und den und den ich fühle mich beobachtet meine freundin sitzt hinter mir hilfe panik unangenehm da kamen ganz viele schmerzlinge aus dem baum so energie geht es zu neiger ich darf ich gerade auch dazu gekriegt habe voll strange sie rennt weg also meine freundin nichts in game ok energie wie sieht es eigentlich aus mit meiner federmaus farm die farm werden so langsam nichts besonderes hat dabei sie kann halt auch äpfel und viel sicher und das bringt so nice sehr nice 11.000 das ist wirklich das 3600 durch die hot peppers 1000 durch das korn nur aber auch relativ wenig ok das ist ein solider schöner netter anfang und regen miau können wir glatten haus upgrade kaufen dadurch ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ach wobei noch gar nicht ok es kommt ein kleiner cut bis das 9 ist ich will jetzt nicht die ganze zeit hier stehen bis gleich so das gefüttert immer doch guten tag genau das kann ich jetzt machen das dann nicht naja eigentlich nicht nein iridium daran habe ich nicht sogar dahinter bauen 300 holz 300 bauen wir hier mal ein kleines hier so dran direkt beim letzten mal habe ich voll oft eingerissen ich weiß ja nicht kann man machen muss man aber nicht direkt davor ach super so kommt also jetzt schon wieder ein video fertiggestellt was soll das sein irgendwas steht da im weg keine ahnung was das ist direkt an die wand das sollte passen morgen früh ok wir sehen uns morgen früh so fahre mich jetzt ein bisschen holz oder ja ich glaube ich schlag noch ein paar bäume jetzt ich könnte auch wieder angeln aber pfff egal ich könnte sachen zu eisen upgraden ich könnte farm sachen kaufen brauche ich aber gerade nicht boah das war laut nicht wirklich laut aber das war ein schlimmer blitz das war wirklich mies zack ganz ruhig ganz ruhig schmetterlinge wieso kommen sie so spät aus dem baum baum fels so den da noch ein paar von denen hier ganz ruhig das ist ja ein großer baum also kein großer baum sondern halt ein großer baum you know what i mean da habe ich gerade mit eh das inventar geöffnet seit wann ist ja cool das ging früher nicht früher das mal escape das ist praktisch das benutze ich jetzt so dich und dich und boah diese hellen lichtblitze so ich da nochmal mit und dann machst du wenig holz ich habe das gefühl ich habe auch ich kann ich halt noch nicht abbauen okay was von abgerächt bräuchte ich noch nicht dich abzubauen wahrscheinlich das nächste aber war dann wäre das erste abgerächt wirklich nur dafür gewesen dass die spielzeit wirklich schneller ist in ihrer späteren ebene gibt nicht sehr viel holz und baum energie darauf sollte ich auch achten so nebenbei schon ganz schönes stückchen hier weg gehauen womit mal ich habe meist übersehen ehrlich ich bin auch ein genie ich bin auch ein genie neun was habe ich getan was habe ich getan was habe ich getan und ich muss wieder ranzo das gefällt mir sogar nicht hab ich später wieder raus so da noch mal muss ich darauf achten ich habe vier korn übersehen nein das wechselt unsymmetrisch wasserreport wasserreport wetter morgen wird ein wunderschöner tag morgen fängt robin mit der arbeit an oder irre ich da dieses schwertgeräusch kommt relativ oft 907 das ist nett die lokale zeitung geht bei mir vorbeischauen und meine mama hat davon gehört alles klar ich freue mich dass abläuft außer das erste mal dass ich etwas mich kriege ist auch neu dazu gekommen scheinbar so flump mehr sachen kaufen muss ich nicht ich könnte ein werkzeug upgrade dann wäre jetzt aber nicht so unbedingt notwendig gerade dann schmeiße ich mein geld mal dem teil hier den raum hier in den schlund 2.500 5.000 10.000 5.000 können hier dafür kriege ich qualitätsviertel also na gut 3.000 habe ich noch übrig ich habe gar nicht auf die fälle heute geachtet ne schon wieder hopfen fertig ist der david durch oder was dann qualitätsverschneider ich weiß ja nicht vor dem geplantet ist sollte ich vielleicht mal beim mais versuchen oder so naja shit happens gehe ich mal an den strand da haben wir ein paar muscheln und stuff kauft mir weit um es in den krabbenkorb zu tun kann man sogar noch einmal salat leisten um es näher zu schenken aber muss nicht jetzt sein da eine koralle und ein zug fährt an ich bin zu weit weg vom zug scheiß bauen die nur im sommer das könnte sein ich habe keine ahnung ich glaube nicht ich weiß nicht dass ich wüsste soll ich nochmal nachgucken guten tag ich habe leider kein schokotter mit sie findet es awesome in so einem alten farmhouse wie ich zu wohnen das knatschen der fußböden der dealen rhabarber rhabarber sie wüsste erfeiern tja ich war jetzt auch so relativ das hat ein kleines haus so korallen brauche ich hier nicht da brauche ich weizen und da brauche ich dieses seedings eine moschel die gibt es auch am strand hier bräuchte fisch und stuff habe ich irgendwas was ich da reinlegen kann nein so überhaupt gar nichts dann bräuchte ich auch keine korallen ich meine wozu auch ich weiß nicht warum ich das so halbwegs im kopf hatte so ich will mich mit den leuten an freunden eigentlich aber dafür bräuchte ressourcen dafür muss ich weiter ich möchte ich noch mal knacken damit paar tage vergehen und stuff aber ich will jetzt die zeit nicht so ein bisschen ich will die zeit nicht so unbedingt überspringen ich meine wir mal 12 mittags da muss es ja nicht unbedingt sein dass ich so speed durch rusche nur um später halt ja genau 1000 für moschel und stuff 1000 geschenkt einfach vom strand so die folge wird auch viel zu lang aber ich bin jetzt auch paar mal früh schlafen gegangen paprika tja hopfen wächst scheinbar jeden tag nach schon cool ich weiß gar nicht den verkaufspreis von dem 25 25 25 mal daily hardcore kinder immer wieder mandila noch am wachsen boah, ist das ne randomer Fall gerade. So und... So ganz random ist rumgedaddelt hier. Flumpf, flumpf, flumpf. Ich glaube, ich bin voll mit Heu, ich kann grad nicht mehr abbauen, sollte ich aufhören den Rasen hier abzuschlachten weiter, die kann ich mal weghauen. Hatte ich die hier unten nicht schon mal weggehauen, ich weiß es gar nicht. Ich meine, ich kann mich entsinnen, dass ich das hier schon mal schattelieren... Was brauche ich eigentlich für das Teil da? Kupfer. Weil ich sollte echt mal hier langsam das Teil an den Baum hängen. Das Bild ist neu, die Bäume pflanzen sich immer von alleine fort. Na, meine Axel ist nicht stark genug dafür. Lügt doch nicht! Deine Arme sind nicht stark genug dafür. Oh, um die kleinen Samen hier rauszuschlagen. Dafür reicht's aus, hm? Ja, das ist hier dicht noch. Oh, dahinter war ein großer Bau. Okay. Oh, ich hab halt langsam aufhören. Da geh ich schon wieder... Hm. Ich glaub, es fehlt nicht mehr viel. Na gut, es fehlt wahrscheinlich noch relativ viel. Und bereits war ich ja noch gar nicht gewesen. So, ich würde jetzt aber sagen... Wir gehen einfach nochmal knacken. Was? Schon wieder? Ja, weil ich jetzt die Folge beende. Ähm, zack, 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 zack. Und da holen wir noch... ...unsere Einnahmen von heute raus. Farming, Level 7. Nice. Ich kann jetzt ein Spindelrad machen. Cool. Hab zwar noch nichts zum Spindeln, aber ich kann ein Spindelrad machen. Und neues Viertel also herstellen. 2200 Farming. 2200 für Blaubeeren und... Ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschu, tschu.